Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Beyond Two Souls. Ich bin Euer Michael Snake. Ich bin Euer Gerudo. Und wir machen gleich mal weiter. Sind immer noch im Einsatz. Immer noch im Einsatz. Na dann machen wir gleich mal weiter. So, wir hatten gesagt... Ich sollte mal meinen Controller in die Hand nehmen. Besser ist der Typ da hinten. Ja, richtig. Schnapp ihn dir. Ne, ich schnapp ihn mir. Ich geh für dich da hin. Ja, bleib mal da ungefähr. Vielleicht kann ich mir ab hier krallen. Dann krall ihn dir. Was ist er denn? Nicht in der Wand. Wo ist er? Wo ist er? Achso, ich suche nach Ratten, aber... War ja dann doch gar nicht. Ja, aber ich kann da tatsächlich nicht durch. Also muss ich wahrscheinlich echt den Eingang erstmal aufsuchen. Oder ich kann hier durch, aber das ist... Ne, das ist... Ja, ist erstaunlich. Okay, dann musst du. Gut, dann gehe ich. So, war da eigentlich noch irgendwo einer? Äh, da hinten? Ja. Ja. Das Senaki Hotel. Wahrscheinlich muss ich genau da rein. Ja. Schön. Auf jeden Fall war da die ganze Zeit einer am Auto drin. Ist das das Hotel, ja? Schau dich mal um. Vielleicht geht's ja jetzt. Also, wir haben da hinten... Eins, zwei, drei, vier Leute wieder. Gut. Dann ist hier weiter nichts. Schau mal auf dem Dach wieder. Ne. Ich guck nicht so weit. Aber... In das Hotel da rechts. Ja, aber ich guck bloß erstmal rum. So, dann gehe ich mal rein. Oh, was ist mit... Ah, ich muss näher ran. Ja, da oben haben wir ja die Erinnerung. Richtig. Okay. Gut. Das heißt, ich gehe nicht zu den Typen am Jeep. Sondern ich versuch... ...möglichst unbemerkt... ...an diese halbbesichtige Brüche zu kommen und grad sagen. Und geb dir das Kommando. Na dann mal. Bye-bye. Das für alle, die zugucken, der schläft nur. Der geht nur schlafen, ja. Für alle, die unter 18, 16... 16. Für alle, der schläft nur. Für alle. Für die anderen, die es nicht so haben wollen. Jaja, der ist tot. Ja, richtig. Gut. Achso, ich kann ja gleich weitermachen. Ähm... Ne, das war's dann vorerst mal. Sieht ruhig aus. Dann müssen wir mal hoch in den ersten Stock. Zu den Sachen. Zu den Sachen, ja. Ja. Ja, da wir ja anständige Let's Player sind... Ähm... Die verletzen denn niemand? Wir verletzen niemand, richtig. Okay. Was heißt vorhin... Da war was. Da war was. Wir sind bei einer Kathedrale. Oder so. Auf dem Tisch lag auch noch was. Ah, da geht es wahrscheinlich groß runter. Na? Die Schale war vorher zumindest, naja. Ja. Hier kommt nicht der Tisch. Hör mal. Ah, mittlerweile kann ich es, ja? Ja. Ja. Oh, da ist er. Ja. Okay. Haben wir hier noch irgendwo was? Bestimmt, das hinten haben wir noch. Das sind noch zwei. Gut. Das war da drüben. Da ist Lagerfeuer. Ah, ich bin schon wieder zu weit. Du bist schon wieder zu weit. Ah, da ist es doch. Der hat so ein bisschen was von Metal Gear jetzt gerade. Naja, Teil 4 vor allem. Wenn man sowas verstehen würde. Ja. Okay, jetzt sind sie noch nicht lang weg. Und dieses Tuch, oder was es ist. Vielleicht liegt da noch jemand drin. Ne. Ich glaub nicht. Ich hab nur ne Aura gesehen. Ja, sie mussten schnell. Schnell los. Ja. Irgendwas ist passiert. Mhm. So, haben wir noch irgendwas? Nö. Gut. Und. Das war's. Seil dich mal ab. Ich will das sehen da hinten. Hehehehe. Die stampft doch ziemlich. Ja, für eine Frau. Ist klar. Und runter. Jetzt geh ich erst mal in die Wand. Das ist mittelge Solle für die Frau, wenn ich sag's dir. Naja. Wahrscheinlich an die Wand. Kann ich da was machen mit dem? Ja, ich wollt nur kurz an die Wand. Das soll jetzt doch zu gucken. Oh, oh, verdammt. Okay. Es sind fünf Leute. Vielleicht kann ich ja vorbeischleichen. Warte. Ich hab eher die andere Befürchtung, oder Vermutung, dass man hier irgendwie rein kann. Dass sie dann hier durchläuft. Hm. Probier's mal aus. Probier's mal aus. Aber du möchtest Stück für Stück. Soll ich den Typen auch ausknocken? Probier's mal. Okay, die kriegen das nicht mit. Aber ich hab da rechts in Leiter gesehen. Und da drüben. Ja, stimmt. Aber bevor ich da hochgehe. Lass mich erst mal schauen. Richtig. Dann geht's da links. Da geht's weiter da hoch. Links von dir. Okay, aber da kannst du nichts mit machen. Naja, das ist dann eher was für dich wieder. Ja. Und dann geht's nach rechts weiter anscheinend. Da habe ich die Brüstung drüber und dann da rein und da rüber. Und dann da hinten wahrscheinlich lang. Ja. Okay, Bruder saß. Dann muss ich mich dem Typen noch gar nicht stellen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Gott sei Dank, ja. Und hoch mit. Sollst du nur das Timing abpassen mit dem Typen davor, ne? Mhm. Ich hätte nämlich keine Lust, dass der mich sieht. Ja, jetzt am besten. Direkt außen noch. Ja. Soll das gerade auch schief gehen können? Allerdings. Heftig. Oh. Oh. Schau mal, ob du das machen kannst. Nicht, dass du das den Weg kommst. Das war ein Stück. Ich kann das mal. Ja. Da drehen wahrscheinlich da ekele wieder an. Nein, da in einem Container. Die Frage ist, ob das nicht die von dem Jeep sogar sind? Ne. Ne, sind eigene wieder. Ja, die bleiben da stehen. Gut, aber das bringt uns nicht in unnötige Gefahr. Das weiß. Du musst noch mehr. Oha. Lass mich mal. Vielleicht kann ich den wieder zum Schießen überzeugen. Gut drauf einreden. Ne. So. Da runter. Oh, wir haben da einen ausgenockt. Huch. Oh. Ja, ich will lieber nichts riskieren. Viel Spaß. Jetzt kannst du. Jetzt lassen wir mal schlafen. So, schauen wir uns da noch ein bisschen um. Ja. So weit kann ich nicht. Ja. Aber was zieht er? Da drüben mal die Kathedrale. Die ist. Da drüben dieser Turbogen. Stimmt. Man sieht so bis jetzt recht sauber aus. Gut. Freifahrt nicht. Gut. Die Frage. Warum muss ich lang? Wahrscheinlich da durch den Markt. Hm. Weil da ist er zu. Na ja. Dann gehe ich mal Stück für Stück da lang. Oh, da ist einer. Ja, muss ich mal schauen. Oder war wieder was? Ah, dann einmal was. Also ist fast. Möchte ich nochmal einen Schritt näher oder soll ich den Klee ablenken? Äh, lass mich einen Schritt näher gehen. Der schläft eh fast. Oh. Ja, mach mal schnell. Oh, den kann ich vielleicht ausknocken. Ja. Oder so. Okay, perfekt. War es nicht die Optimallösung, aber es funktioniert. So, dann lassen wir das Fass auf jeden Fall mal noch stehen. Was ist in uns? Nichts. Da kommt gar nichts. Und was haben wir noch in die Richtung? Da haben wir einen Typen mit dem wir... Oh, den kann ich ausknocken. Ja. Okay. Zwei Stück. Gut, und das Ding war doch mal ein bisschen nach links. Die Kathedrale liegt nach rechts. Ich dachte, dass wir müssten zu den Typen. Ja. Und dann den Marktstand drüber. Okay, dann ist immer noch frei. Alles, wir gehen weiter. Gut, und jetzt lass mich mal. Vielleicht kann ich den erschießen, also. Gerade bei... Ne, das ist rot. Du tötest den. Du hast man viel doofter gucken würde, wenn du denn jetzt tötest. Ja, aber was passiert dann? Der ist auf jeden Fall abgelehnt. Der ist auf jeden Fall abgelehnt. Der ist auf jeden Fall abgelehnt. Die anderen sind abgehauen, jetzt kannst du dich den schnappen und... Ja. Komm, ich kann doch hin. Der ist weg. Der Typen ist abgehauen. Okay. Okay. So. Ah. Die Kamera ist empfindlich. Ne? Ah. Da ist ein noch. Zwei. Gucken, was du machen kannst. Ah. Okay, ich muss näher ran. Das heißt... Und da ist noch was. Ne, das war das gerade noch. Ne, das sind die Typen, die gestorben sind. Ja. Okay. Macht bevor der abhaut. Gerade bei. Okay. Ah. Vielleicht kommt der gleich wieder zum. Ja. Dann warte mal kurz. Verdammt. Da hat's nur irgendwo eine Schutzbarriere. Da hat's noch. Da hat's noch. Häuserwand. Da hat er diesen Marktstand genau. Das ist das einzige. Ja. Und da ist nichts mehr. Da wäre dann wahrscheinlich das Ziel. In die Richtung geht's. Also die zwei muss ich auf jeden Fall noch ausknocken. So gut, vielleicht könnte ich die auch umgehen. Ach, lass mir doch auch mal einen Spaß. Na ja, vor allem ist es vielleicht besser, wenn die Typen weg sind, weil dann könnte die uns nicht im Rücken fallen. Richtig. So, das müsste reichen. Das reicht auf jeden Fall. Jo. Ja. Jetzt rechne ich wieder. So, tschüssi. Oh, okay. Okay. So bitteschön. Ja, das waren die, die verstorben sind. Ja, das waren die, die verstorben sind. die sehr und decken zu decken außen geht es schneller da hinten sieht es sauber aus da ist ja keine traurige ruine ja aber da kann trotzdem noch einer sein aber zwei da ist mir sogar was der typ lebt noch unten okay ich habe nichts gesagt der typ lebt immer noch erstaunlich großes freie fläche und container was machen die mit dem vielleicht gehört auch zu denen der schläft los oder was wo du schlecht angeschossen oder ein kommentar von einem autos auch noch mal eine form oder ja das bewegen gesehen aber du es bringt nichts weil du kannst nicht machen ja ich habe hier den container gesehen das ist jetzt ein bisschen abpass ich schaue nämlich gerade weg jetzt kann ich nämlich darüber was habe ich sie in meiner vision gesehen oder noch mal ja vorweg sie waren hier schon wieder weg das heißt sie gibt es wahrscheinlich direkt vor der noch mal gerade mit infos reden also lass mich gleich mal schauen noch mal eins zwei drei stück drei das auf dem boden bei der vier vier alles klar vier infos so sieht diese demobus schließt über gewählt wie ist der typ die frage ist was zeigen die dann wirklichkeit abonniert mich als neig bei youtube abonniert mich als neig bei youtube oder sind es die regierungsführer tja auf jeden fall ist der blut auf der karte auf jeden fall ist der blut auf der karte auf jeden fall auf jeden fall es ist der blut auf der karte ich habe mich gerade vor dem das heißt die in der karte ich bin auch habe ich auch ich bin 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 alles Gut, dann heißt es für uns weiter Richtung Turm. Wieder raus aus dem Laden. So, der Turm war... Irgendwo... Rechts oder links? Ich glaube eher rechts. Rechts. Rechts? Rechts. Wo rechts? Rechts. Wie weit rechts noch? Guck doch mal nach oben. Wir müssen sich jetzt eine komische Spitze finden. Das ist aber keine Spitze. Ja. Da rechts rum? Ja, mal da hoch. Da hinten. Ne? Das ist aber gekommen. Wir werden bestimmt nicht nochmal zurückfahren. Ja, wer weiß. Aber da ist ja man da. Oh ja. Du bist wieder viel zu unvorsichtig. Okay, wir gehen uns gar nicht da lang. Das schwenk mit der Kamera heißt wahrscheinlich, geh da durch. Geh in den Turm. Apropos Vorsicht, du darfst mal schauen. Ja, lass mich mal schauen. Lass mich mal Vorsicht wählen. Hier einfach mal... nichts ist. Ja. Da sind überall Deckungsmöglichkeiten. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber es ist noch niemand da. Deswegen, so Deckung heißt meistens, in den meisten Spielen, da kommt jetzt gleich was. Oder nachher. Oder später. Oder gar nicht. Deswegen laufe ich mal schön am Rand entlang. Die meisten laufen wahrscheinlich mittendurch, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich würde mitten durch die Kathedrale durchlaufen, welchen Soldat. Das ist vor allem, ist das so ein super Punkt für eine Scharfschützenposition. Warte mal. Das ist jemand verletzt. Da ist irgendwas, ja. Geh mal suchen. Wo ist denn der? Oh, das war doch falsch, ich lasse mich nochmal. Ich gehe mal näher ran. So. Nee. Bist du da drüben? Nee. Ja, nicht. Hm. Oh. Huch. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Und die Hündetypen nicht. Oh, dann hört sich irgendwie an wie ein Mädel. Oder so. Nee. Das ist viel zu tief in der Stimmlage her. Am besten du gehst da raus, ja. Ja, wobei ich da nicht mehr rauskomme. Wo ist denn der Hauptweg von dem Ding? Ich bin so selten in Kathedralen. Vor allem von wo kam ich? Von hinten. Du musst in die Richtung, ja. In die Richtung? Es wird lauter. Man muss ja hier an dem Auto sein. Ja. Jo. Ja, da ist der da noch. Grüne Aura. Möchtest du was machen? Nee. Muss schon was noch nicht du hast denn? Äh. Aber der. Was? Moment. Ja. Das ist ein Kindersoldat. Äh. Lassenlegen. Ich unterstütze keine Terroristen. Richtig. Warte mal was? Nee. Dahinten ist der Turm, oder? Ja. Ja. Was in die Richtung müssen wir? Okay, das ist der einzige Feind, der hier ist. Falls es überhaupt ein Feind ist. Ja, das sind Kindersoldaten, die sind genauso brutal. Lassen einfach liegen. Okay, ich kann nichts machen, das ist Sequenz. Siehst du, da richtig die Waffe auf uns? Super. Der wird wahrscheinlich kein Wort verstehen. Ja, so wie wir bei ihm. Okay. Ah, ja, ja. Sie hilft, he? Ja, ja. Sie lässt helfen. Gut auf den Punkt. Auf welchen? Auf denen? Da, wo es raussprudelt. Ja, wo es raussprudelt. Ja, wir müssen schießen uns wahrscheinlich. Ich bin sicher, man. So, jetzt kannst du wieder Fußball spielen. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Dein Name ist Salim. Jody. 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 Ja, ja, Jody. 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 Oh, shit. Oh, oh. Vorhin hast du noch gesagt, viel Deckung. Ja, ja. Okay, die stehen aber nicht bei uns auf dem, doch auch, oder? Okay. Pass mich mal. Ach so. Ich dachte, wir haben keine Waffe. Ah, jetzt bist du gekommen. Ja, wo denn? Ja, schau dich mal, da ist einer. Ach so, man vergisst bei der ganzen Spannung echt immer zu reden. Ja, ja. Normalerweise reden wir ja wie ein Buch, aber... Da ist noch mal was. Ja, ich seh's grad. Ach so. Die Wand. Äh. Da ist noch mal einer. Ja, so weit komm ich nicht mehr, oder? Nee. Ja. Aber wegen dem bisschen. Ja, okay. Dann könnte ich auch ein paar Meter vorlaufen. Haha. Du schießt ein, äh, großes Gewehr auf uns. Lauf mal vor. Wahrscheinlich wird nichts anderes übrig bleiben. Ja, du musst. Zumindest bis da mal hin, ne? Dann kann ich zumindest dann dick vor. Na gut, ist es... Jetzt lass mich mal. Ja. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Das muss reichen. Ja. Ha. Da hat grad eine Patrone in die Tür angeschlagen. Ha. Krass. Also schießen kannst du? Ja. Super. Äh. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Vorwärts. Ah. Aber jetzt war's falsch. Volles Zeit, find ich dich auch relativ eng gesehen. Um da zu reagieren. Vor allem, wenn das Training schon wieder so eine Weile her ist. Ja. Gut, so hätte ich's auch gemacht. Oh, es wird schöner Morgen. Schlecht. Ja. Ist wahrscheinlich der Sohn von dem. Ja. Ja. Von dem Terroristenführer da, oder? Ja, das ist doch eigentlich immer so. Was mit heimlich stunden leise wird das wohl nix mehr. Ja. Jetzt tut es schwer, hier nicht in den Sinn zu gehen. Ja. 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 du jetzt mal klingt zumindest ähnlich ja nie ist klar das war ein panzer dem möchte ich nicht im weg stehen macht das gut ich folgte mit einfach mal da geht das richtig was los ich glaube der junge ist oder anders wo ist der lang dahinten nur liegt direkt einer das liegen jetzt auch nicht das ist der lang dadurch wahrscheinlich dadurch vielleicht ja bürger ja das war gerade der kleine oder nicht ich glaube nicht von er die wir müssen direkt durch bleib bei mir ok ich denke ich habe was zum teufel ist da los allerdings und doch und wir daher Oh, oh. Oh, da kommen die nächsten. Na gut, ich bin da unten mit den anderen beschäftigt. Hoffen wir es mal. So. So, wir kommen immer näher an den Turm. Oh, und da fliegen Raketen. Ja, mach doch nichts. So, wenn wir nicht in dem Explosionsgebiet sind oder in Sichtweite von dem Typen. So ist es. Und wieder abwärts. Und nochmal abwärts. Was ist da durch? Du darfst völlig auserzählen. Ja, hm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich gucke eigentlich gerade der Story zu. Das sind die Probleme bei so spannenden Spielen. Wo vergisst das Reden. Ja. Ja. So. Ich übernehme mal den Typen und... Ah. Das fällt ihm auch nicht auf. Nee. Okay. Ach, sagst du... ... Alter. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ist doch gerne Auto fahren. Ha, ha, ha. Du musst echt jeden Handgriffshilfe machen. Ja, der Hammer. Auf jeden Fall. So, fahren wir mal Auto. Kann Eiden überhaupt Auto fahren? Ist ja mal gleich. Oh ja. Ja, muss er ja. Mit Kohl haben wir es ja auch schon gemacht. Stimmt. Okay. Ah, das macht er selbstständig. Die merken das nicht, oder? Ich gucke nicht zufällig auf die Ladefläche. Oh, das kann ich machen. Ach du. Äh, ich kann mich drucken. Weil da kam nämlich oben was Fahrzeugmässiges. Panzer. Oh, da kommen noch mehr Leute. Bleib mal liegen. Ja. Okay. Die sind da vorne. Der Turm. Der Turm. Ja. Oh, noch ein Fahrzeug. Okay. Oh, Leute. Tja. Oh, oh. Oh, oh. Eins, zwei, drei, vier. Auf jeden Fall war noch einer. Fünf. So, ich bekann. Ah, okay. Huch. Huch. Es hieß unauffällig, ne? Ich darf's ausbaden. Das war nicht so gut. Okay. Sagst du so einfach. Ja. Ich muss ja schon gucken, dass ich in die richtige Richtung gucke. Ja, allerdings. Weil zwei Fehler hatte ich schon drin. So, der ist weg. Sehr schön. Verklärt der nächste hier. Ja. Und die meinen das ernst. Ja. Das Auto könnte mal loswerden. Ja, dass ich vielleicht da rüber lenke oder sowas. Ja. Oh, oh. Oh, du so. Achso, du springst jetzt einfach mal rüber. Wahrscheinlich. Ja. Das ist wie im Film. Ja. Ja. Und der Junge guckt zu. Ja, auch nicht schlecht. Und weg mit. Und tschüss. Dann hätten sie noch mal zwei. Das nächste gleich. Äh. Oh. 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 Das bei dem Tempo. Fuck. Ah ah. Oh. Scheiße. Ich hoffe, Aiden hat da sein Schilds gemacht. Ja. 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 Wir sind sicher. Sehr nice. Ja. Boah. Ja. Also die machen keinen Spaß. Ich muss um die getrennte Wege. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Was? Meine Leid, aber. Wie kann das nicht mitnehmen? Du bist sehr zack professionell. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder in ca. Der wird uns wahrscheinlich nichts tun. Das vermute ich auch. Auf jeden Fall ist seine AK weg. Stimmt. So, wir sind schon wieder am Ende der Episode. Ja, auf jeden Fall. Und immer noch mit dem Kapitel. Alter, ein Jenseits-Riesen-Kapitel. Das ist schon eigentlich anderthalb Folgen Sinn. Ja, mittlerweile, ja. Und an Spannung nie nachlässt. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gerade diese Verfolgungsjagd mit den Autos. Schon sehr interessant, ja. Spannend, packend, sehr wortkarg. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran für die nächste Episode. Ja, auf jeden Fall. Also ich zumindest. Ich auch, ich muss schließlich spielen. Aha, gut. Dann hoffe ich mal unsere Zuschauer genauso. Richtig, ich verabschiede mich. Ich bin euer Gerudo. Okay, wenn du dich verabschiedest. Ich verabschiede mich dann auch. Ich bin euer Michasnack. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Gerudo. Ich bin euer Gerudo. Ich bin euer Gerudo. Vielen Dank.